wer jetzt echt spitze noch mal ein schlückchen nehmen vom wasser oh ja es ist wirklich wasser hier waren aber noch nie Berge den Wald vor Bäumen wir wollen jetzt voran ne hier waren wir auch schon hier waren wir auch schon hier waren wir auch schon würde nicht angeheben aber das war ja spitze so jetzt geht die Sache mal hier in Fuß ist er gut ist er gut shit ah das war klar wir haben drei vier mal so einer drauf bekommen im ja 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 ich ich ja ich we als ich we ich und zwei dreimal so einer rein eine riesen Mietz Mietz diese Plattformen sind großartig, wir haben keine eine für seine Haus jetzt kommen wir der Sache immer näher wir haben eigentlich bis dato alles richtig gemacht und können normal eigentlich nichts mehr verändern gehen wir mal so schnell auf, ob denn, oh, Erz, 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 Erz dass man bei Spielen komischweise alles nachträglich noch sammeln kann obwohl man schon alles freigeschaltet hat ist mir schon mal passiert bin ich grad schon wieder hängen geblieben, das gibt's doch gar nicht ja, das gibt's auch nicht ja, das gibt's auch nicht na nun, komm auf Stuhl Remix von Aufzug und Fahrstuhl ah ja lauf mein Junge, lauf mein netter Fuchs oh, 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 oh sehr clever sehr, sehr, sehr clever sehr, sehr clever sehr, sehr clever Wir vertrauen dir nicht. Oh! Stimmt wohl. So, es neigt im Ende wieder zu. Bisschen Schiffchenfahrt. Und dann hoffentlich haben wir es dann geschafft, die letzte Wahrheit zu entschlüsseln. Und dann muss es ja wohl ein bisschen weitergehen, oder? Die finale Schlacht. Bernardo hat niemals gewollt. Nobia hat sich zu hören. Er hat sich vertraut. Sie hat ihre Augen zu ihrem Vater's Schlimm. Und alles, was er hofft. Er hat seine schmerzen Schäden genommen. Er war so verwendet, dass er nicht vertraut, dass er sogar die Mädchen, die er immer liebte. Also, ich meine, das wäre eine kleine Abkürzung. Können wir hier noch ein bisschen Lebensenergie. Ja. So. Reuspa, Reuspa. So. 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 Ein bisschen hier aufs Restbrett. Schönes Ding. So. 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 Noch mal ein Level ab. Schön. schön alle sechs kugeln mitgenommen wir kommen endlich zum schluss hier unser letzter kampf das will ich auch doch jawohl zeitlupen imperator kill jetzt aber jetzt muss es doch jawohl jawohl sie ist keine nonne da ist das ding ein wunderes geschehen nach 48 mal da bin ich happy schön schön na endlich jetzt zwei levels das ist aber fett und und jetzt meine damen und herren ich drücke jetzt einmal dreieck und wenn dann wieder die story von vorne anfangen dann würde ich mal sagen jetzt haben wir hier alle vier geschafft und hier komme ich nicht rein ja war klar somit wir haben es geschafft soweit es halt in unserem möglichen rahmen war natürlich können wir noch die nächsten 28 tage herumspielen aber das ist jetzt nicht unser ziel war ein nettes spiel war cool auch die verschiedenen variationen wir haben ein bisschen mehr so die waffen fähigkeiten gefehlt zum aufpimpen und ein bisschen mehr gegner wären schön gewesen sowie auch die kamera ansicht drehen wenden und sowas für den kampfstil wer cooler gewesen multiplayer wäre bei dem spiel auch cool größere geschichten so ein bisschen diablo style mäßig nette zeichnung nette grafik gut ab schönes spiel lohnt es sich noch zu holen dezember 2016 gibt es gratis mit der plus mitgliedschaft bei der ps4 oh da ist ein schlüssel müssen wir das jetzt wirklich mit dem schlüssel machen ich habe mich doch jetzt gerade schon verabschiedet wer das der schlüsselweg wer das der schlüsselweg sollen wir es wagen das geht er trägt weiter meine damen und herren ok ok oh lapino du kleines mistfiech Hmm, nun gut, da sind wir ja gespannt, wie das weitergeht.